recht herzlich willkommen zur 44 folge von faktorio ja wir wollten hier den zug abwarten bis der voll ist und das sei jetzt und dann wollen wir zurückfahren ganz einfach da steigen wir ein und dann müssen wir rückwärts fahren um dahin zu kommen also doch vorwärts oder wie versteht keiner warte mal kann man jetzt vielleicht holly feier ansteuern fährt er selbstständig hin sieht nicht so aus habe ich immer noch nicht verstanden zur station springen dann fährt er dahin interessant interessant und dann lädt er auch aus jetzt die kohle da und das geht auch drauf ja das war jetzt nicht so doll steigen wir erst aus und nehmen hier von wo ist er dann auch so machen wir mal zu und gehen wir runter und dann soll die kohle aufsammeln weil dann passt es nicht einfach alles weggenommen fertig bis das wieder kommt passt so dann läuft das da einigermaßen wieder und der zug wird leer gemacht immer noch nicht mehr viel dann ist es schon mehr so haben wir jetzt bald aufhören war ja da ist zu ende steigen wir mal wieder ein und das und gucken ob er dahin fährt und macht dann nicht so wie jetzt noch nicht verstanden die richtung will er nicht gut jetzt werde aber auch nicht station entfernen station entfernen so jetzt wollen wir das noch mal dazu nehmen geht geht so hätte da nicht aber auch nicht hin ziel nicht erreichbar ist ach so weit warte mal das liegt vielleicht aber noch an dem zug ich verstehe nicht warum er jetzt nicht fährt ausgestiegen ja ja dieses holy feier wo er entfahren muss aber angeblich ist das ja nicht erreichbar jetzt werde zug auch nicht eigenartig zug anhalten zu los schicken machte mich ja kein blassen schimmer wie das wirklich funktionieren soll kann ich denn da abbiegen das würde mich auch noch mal interessieren doch mit dem pfeil tasten interessant nur aufpassen dass wir nicht entgleisen also fahren tut er bis dahin hin ok so jetzt lass mal gucken ob er jetzt irgendwie dahin fahren würde macht er nicht macht er nicht keine ahnung ein bisschen doof aber egal wir können auf jeden fall mit dem zug fahren und irgendwann wissen wir auch wie es geht bestimmt ein bisschen dunkel aber komischerweise da im scheinwerfer angehabt wie der jetzt angeht weiß ich nicht mehr so da ist unser ziel und stoppt und er wird beladen ja wieder schön metall ist hier wo ist weil sie auch nicht so ganz da kommen ja immer irgendwelche gegner an aber ich will es jetzt auch nicht ausprobieren hier ist allerdings die karte wohl auch zu ende oder da muss man mal gucken ja jetzt wird sie ein bisschen heller oder und da wird geschossen nochmal jetzt kommen wir mal ein stück vor geht das denn da auch beladen ich daran dass hier was falsch ist ne und hier müssen wir für aussteigen und das umzubauen so inventar auf sind so dahin und dann noch ein fließband was wir drehen müssen also wenn da so eine masse kommt dann hat man irgendwie keine chance das heißt wir müssen zusehen dass wir da die stromversorgung verbessern das gleich voll dann müssen wir da noch mal dran arbeiten haben wir hier irgendwie was mit zur verbesserung ea3 steile sind da stellen wir mal aus machen wir da das hinbauen ja kam ja von da oben so schräg ne vielleicht ist das dann besser so aber das war alles was wir dabei haben aber dann wissen wir jetzt auf jeden fall dass wir jetzt zusehen müssen dass wir die wieder verteidigung da verstärken ok aber es passiert wohl nichts der hält dann am preilbock an so drei können wir ausladen weil da gerade noch alles voll liegt ach der packt das aber naja ok müssen wir mal gerade gucken wie es jetzt hier weiter geht hier unten fehlt was grüne tränke die gibt es nicht hier auch nicht da auch nicht und dann müssen sie hier sein da sind sie und dafür fehlen die roboter nicht jetzt beinahe gesagt macht das mal weg und wir machen die roboter da wieder hin sollte gehen oder dafür fehlen aber wiederum hier die elektroteile und für das fehlt ein bisschen leitung jetzt stahlteile kommen auch da rein und dann haben wir schon mal welche dann müssen die grünen tränke wieder kommen warte mal laufbänder sind auch nicht da aber wir haben noch welche und die drei können wir da auch gerade reinstecken komm schon zweimal noch sind die weg aber ein aufbänder werden gemacht sehe ich gerade jetzt habe ich einen noch in der hand super oder macht dann kommen dann auch los werden alles gut gut elektroteile waren hier die kommen auch noch da reinstecken mal sechs stück die haben auch noch zahnräder da haben wir noch 62 zahnräder wieder grüne tränke und noch nicht abgelegt werden das ist schade so hier unten wollte ich reinkommen solar panels aber 32 aber nicht genug ok wir brauchen wir davon stahlträger stahlplatten eisenplatten sind es ok stahlträger 125 brauchen wir 1500 alles gut läuft aber auch wieder ja die kupferleitung nehmen wir dann mal runter damit was andere drauf kann stahlträger ist ein slot für da ganz eine brechende munition kommt auch rein das sind 28 und da brauchen wir noch reichlich von okay er kann ich ablegen da so sieht es aus muss immer gucken dass er jetzt ablegen kann ok da geht es jetzt weiter dadurch was hat er und produzi die roboter und er macht auch roboter das war ja dann adobe idee oder eigentlich nur keine roboter machen es ist kein strom mehr da das ist schlecht muss uns um strom noch kümmern die solar panels vielleicht jetzt ist irgendwo unterwegs aber die strom war soll unterbrauchen oder was jetzt läuft es wieder das war ein auto und so ein guter werbung mehr angreifen mehr werden sich seitdem wir den zuglaub haben gut solarmodule forschungsstation das ist alles nicht so entscheidend jetzt das ist eine gute frage nach so wollte aussuchen das würde was anders produzieren so war das und das machen wir wieder solarmodule stecken wir da mal rein elektroteile fehlen kupfer haben wir das ist nur noch elektroteile mehr kommen aber die sind ja in produktion da ne gut da können wir noch definitiv kabel drauf legen stahlplatten werden jetzt auch weniger dann irgendwann dass wir die noch mal voll machen alles gut aber er kann die wieder nicht absetzen weil einfach zu viele zahnräder im umlauf sind zahnräder lassen wir jetzt weg und so bräuchte munition kupfer und stahlträger kommen überhaupt gar nicht vorbei oder machen wir mal das da rein und dann produzieren wir das da mal von hand so er versucht immer noch was abzusetzen was nicht geht jetzt nehmen wir mal was vom band runter hier so dann läuft es auch wieder besser so mal jetzt genommen reichlich von irgendwas gut ok er kann trotzdem nicht absetzen auch schön dann wollen wir die andere seite nochmal ab da wird jetzt was runter genommen irgendwie rutschen die alle so nach jetzt kriegt er mal ein paar tränke da drauf dann geht die forschung gleich auch umgelegt weiter machen wir da dass man noch ein bisschen leer dann klappt das schon und das ist immer wieder der strom weg da müssen wir gucken dass der strom nicht weg ist weil das ist nicht gut es wird immer schlimmer gut dann schauen wir mal gerade warum das so sein könnte kohle ist nicht das problem warte mal hier sind so ladinger kann ich die nur weiter ausbauen habe ich kann jetzt mit da müsste ich gerade gucken wo ich die herkriege beziehungsweise dahinter die müssten ja da unten in der linke sein wie heißt es beim sortierroboter machen wir gerade so und kann ich die da irgendwie hinbauen ja gut würde ich jetzt sagen gucken wir mal da oben ob wir da ein plätzchen für finden weiß gar nicht wie die verteidigung hier so ist ja die liegen jetzt zufälligerweise hier dann sind die auch angeschlossene das geht nicht mehr obwohl ich hab 16 stück ich glaube ich bin zu weit weg dass es nicht geht aber da kann man nicht hinlaufen okay dann bauen wir das mal zu ende hier ist wieder heile und dann müssen wir noch Wände haben dafür das legen wir da ab gut okay damit man hier strom ein bisschen stabilisiert vielleicht aber wie weit das reicht weiß ich nicht den ich mal da rein und vielleicht müssen wir noch eine dritte spur dingens machen wie heißt es Dampfmaschinen da oben theoretisch dürfte es nicht so schwer sein das da hinzubauen Kohle ist noch en masse da und dann müssen wir hier nur das wasser noch da drunter her ziehen und hier müssen wir gucken dass wir die wandteile kriegen dafür brauchen wir Stein ich weiß nicht wie viel wir brauchen so ach da müssen wir Ziegel erst raus machen okay das kriegen wir aber hin dann machen wir einen einsamen Ofen mal gerade ähm am besten einen der nicht auslegen kann na Steine sind hier vorne ja lassen wir mal machen so wir haben da ein paar die nehmen wir mal raus können wir jetzt bauen ein okay jetzt nicht gedacht nach fünf waren das ne ja so dann gehen wir mal grad hoch und ich würde ganz gerne die da nochmal hinsetzen bevor hier was kaputt geht wo sind sie da sind sie 1 2 3 4 ich glaube fünf brauchen wir dann noch hier oben war das der ich glaube ja ne ja der war das gut einer ging noch ja da müssen wir denke ich mal nächstes mal hier noch ein paar steine klopfen gehen damit das wird mit den wänden und ich glaube wir müssen oben mit der lok dann hinfahren müssen da auf jeden fall reparaturarbeiten machen die werden da wohl benötigen gut nochmal hier zurück und da nochmal rein ich glaube drei brauchen wir noch könnte sein dass es aufgegangen ist genau so ist es so und vielleicht passt das dann da rein wo ist er da ist reicht sogar mit so viel so so haben wir das zum abschluss gebracht da oben ist noch eine lücke bei den dampfmaschinen müssen wir dann auch gucken okay das machen wir aber denke ich mal in der nächsten folge ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss